Servus Leute und herzlich Willkommen zu diesem neuen ASMR Video. Heute machen wir, also müssen wir, im Topspiel gegen Wolfsburg ran. Ich habe Haaland geschont. Gucken wir noch kurz in die Tabelle rein, wie es da aussieht. Wolfsburg ist noch hinter uns mit 5 Punkten. Da können wir den Abstand ein bisschen verlängern, falls wir gewinnen sollten. Bayern haben ja 5 Punkte, da könnten wir bis auf 2 ran. Ja, mal in die Aufstellung gucken. Die Management Haaland Reuss. Da sind die gesetzten Größen hier. Ganz schön. So werden wir, denke ich mal, reingehen. Auf Haaland kommt es halt wieder drauf an, sage ich. Ihr könnt wie immer euren Tab wieder in die Kommentare schreiben. Was ihr denkt, was mir hier reißen und was mich auch interessiert. Denkt ihr, die Champions League Quali ist dann sicher oder eher nicht? Oder bleibt treu ist noch Haaland bei uns. 16 Tore. Krass. Und es geht los in der Volkswagen Arena. Grün kennen wir schon von Lissabon. Die hatten ja auch Grün. Wow. Da geht aber hart rein in den Zweikampf. Babu. Stimmt, den hatten wir uns ja, glaube ich, geholt. In der anderen Karriere. FIFA 21. Achtung. Da schießt er oben drüber. Man merkt schon. Schon andere Gegner. Ballverlust. Test. Arnold. So. Hallo Pekano. Boah. So. Wir müssen auf schnelle Konter setzen. Denke ich. So. Reus ist das. Ah. Verliert den Ball. Steffen. Amiri. Amiri steht im Upside. Amiri steht im Upside. So. Das wird's. Und da unten steht immer Canfrey. Der den Ball vertattelt. Amiri. Keiner traut sich zum Angreifen, Arnold. Jetzt haben wir es noch nicht gefährlich vor's Tor geschafft. Arnold. Da ist er ja ganz gut an den Ball gekommen, der Wolfsburger. Achtung. Ehm. Was war denn das? Da fällt das Eins Null. Und guckt euch das an. Was war denn das? Im Weghorst. Hier kommt die Flanke richtig scharf reingeschossen und mit einem Kung-Fu-Tritt. Sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Hier etwa mit einem Kung-Fu-Tritt haut der den da rein. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen mehr Risiko gehen. Ich merke schon, sonst entgleitet uns das Spiel. Die US-Burger sind sehr gut drauf. Steffen. Boah. Nochmal. Was war ich Glück gerade? Schöner Pass. Jetzt. Haben wir mal Freibahn. Na, und verdattelt. Und richtig verdattelt. Rekorst. Und Eckball. Ja, hier sieht man, das ist kein Tor gewesen. Aufwassbock ist richtig stark. Und der nächste Eckball. Da freuen die sich. Smiley. Smiley. Wie groß. So. Schöner Pass auf Bellingham. War ich da noch dran, oder? Gibt es Eckball? Schaut euch das Tor an, ey. Was war denn das? Es gibt Eckball. Tor vorbei. Am Tor vorbei. Lagra. Arnold. Kommt der noch an? Nee, der kommt nicht mal an. Schwächelt Wolfsburg Das müssen wir Ausnutzen Sau schöner Pass Test kommt Über die rechte Seite Mit einer scharfen Hereingabe Wolfsburg schwächelt Das müssen wir ausnutzen Eckball Boah schön 1-1 Ein sehr wichtiges Tor Bellingham Sag mal was ist ein Metallhand los Da sieht man ja gar nichts Der ist ja wie Irgendweg Babu Babu kommt über rechts Einfach Tor von Guerrero Klär zur Ecke Aber das war ein sehr wichtiges Tor für uns Schön Schön mitgenommen Achtung Eckball kommt Boah nee Da knallt er den In den Winkel hinein In den Winkel hinein Klasse und unhaltbar hier von Vekorst. Richtig krasse Spiel heute von dem. Da haben sie sich nochmal gerettet. So, weiter geht's in die zweite Hälfte. Ich hoffe, von Haaland wird man diesmal mehr sehen. Sein Potenzial da ausschöpfen. Haaland lässt sich da richtig nach hinten fallen, habe ich gerade gesehen. So, Verlagerung auf die linke Seite. So, Reus. Nochmal Reus. Der hat schon Platz. Was macht der damit? Haaland, nicht mit dem Glück des Tüchtigen. Und nochmal zwei Chancen. Der Keeper lag schon am Boden. Das wäre der Ausgleich gewesen. Auf jeden Fall. So, Hazard. Boah, was ein Foul. Das zieht noch eine Karte nach sich. Und dann kommt nicht an den Mitspieler. Wie kostet. Stefan. Stefan. Und Eggball. Das hat den Ausgleich holen wir uns noch. Achtung. Und ab geht die Wilderfahrt. da unten steht Haaland. Was macht der da aus? Der schießt den Gegner an. Na, Haaland ist gerade wieder so eine Talfahrt erreicht. Finde ich echt schade. Jetzt in den wichtigen Partien. So, Reus. Pass auf Haaland. Moment. Er kann sich den Ball nicht behaupten. Castilles. Britschern. Dekorst. Schöner Pass auf Luc Bacchia. Ich kann den Namen nicht. Sauerkommando zurück. Reus. Komm. Verliert leider den Ball. Ecker Pass. Rüber. Haaland. Oh, und Castilles hält den Ball. Oh, und das von Aaland geschossen. Zu viel Mischmosch. Zu viel Mischmosch da. Diesen Laktor da. Baku. So, die Wolfsburger kommen nochmal. Baku. Guerreiro. Der Stern hat da seine Karte nicht bekommen für seine Tat vorher. Bin ich mir sicher. 84. Minute. Jetzt müssen wir, jetzt müssen wir aber kommen hier. Baku. Und jetzt. Brand. Haaland. Oh, Mist. Nicht durchdacht. Vicoast. Und nochmal ein Wurf für uns. So, die letzte Chance, Leute. Haaland. Auf Brand. Was war das? Das war der Abpfiff. Wolfsburg gewinnt. 2 zu 1. Oh, wie bitter ist das denn? Richtig bitter. Leipzig gewinnt. Leipzig gewinnt. Das heißt, die Wolfsburger. Gucken wir mal, wo die stehen jetzt. DFB-Vokal, Relegation, Superkopf. Aber ich drehe mal in die falsche Richtung. Das heißt, dass wir jetzt in der Liga auf Platz 4 stehen. Oh, mit 5 Punkten und 9 Punkten hinter Platz 1. Ja, gefällt mir jetzt nicht so. Also gegen Wolfsburg. Aber es war schon ein starker Gegner. Der nächste wird St. Pauli sein. Und ich würde mich freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen. Oder in den Kommentaren zu lesen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn ihr mögt. Und danke fürs Zuschauen. Bis dann, nächstes Mal. Ciao.